Wie man einen Liebesbrief schreibt? Liebesbriefe schreibt ihr aufs Grund für Lesbarkeit mit der Schreibmaschine. Oben links kommt der Name des Absenders. Die Adresse des Empfängers, der Empfängerin von Tals Block hat das Täufer am rechten Rand. Redet der Empfänger der Empfängerin mit Namen an, sofern bekannt. Am Ende des Briefes steht eine Grussformel, ersetzt mit freundlichen Grüssen durch «Forever yours» oder «Der liebste Gruss, den du je gekriegt hast». Legt dem Brief Geschenke oder Fotos oder Sand vom Strand bei, vermerkt das und mit der Unterschrift am linken Rand mit Beilagen. Auf Wiedersehen.